Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Badlüfter. Das High-End-Produkt in unserem Badlüfter-Test geht an den Bosch Thermotech Badlüfter. Der Badlüfter von Bosch ist die elegante Lösung gegen Feuchtigkeit, unangenehme Gerüche und Schimmelpilze im Bad oder WC. Einfachste Bedienung durch An- und Ausschalten mit dem Lichtschalter. Die integrierte Rückschlagklappe transportiert die Abluft nach außen und verhindert gleichzeitig, dass die Außenluft ins Zimmer eindringt. Attraktives Design mit Frontplatte aus hochwertigem Kunststoff, passend zu jeder Badezimmereinrichtung. Mit einem Schalldruckpegel von 39 Dezibel sorgen die Badlüfter für eine effiziente Belüftung und vermeiden störende Geräusche. Unkomplizierte Einmalinstallation für die Wand- oder Deckenmontage, wartungsarmes Gerät. Hinweisfolie auf der Rückseite nicht entfernen. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Europlast Extra. Der Hauslüfter ist für die Luftabsaugung in Wohn- und Geschäftsräumen wie Küchen, Bäder, Toiletten, kleine Büroräume und so weiter geeignet. In Hinsicht auf die technischen Eigenschaften ist der Lüfter für Rohrleitungen bis 3 Meter Länge oder zum direkten Wandanschluss bestimmt. Der Lüfter ist für Wand- oder Deckenmontage entwickelt. Er ist zusätzlich mit einem Feuchtesensor ausgestattet. Der Lüfter kann so eingestellt werden, dass er automatisch anläuft, wenn die Raumfeuchte ein bestimmtes Maß überschreitet. Gegenüber anderen, vergleichbaren Lüftern hat dieses Modell ein sehr geringes Geräuschniveau und einen niedrigeren Stromverbrauch. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Badlüfter-Test ist der Svanju Badlüfter. Abluftventilator für die meisten Haushalte. Rohrdurchmesser 147,2 mm, Leistung 21 Watt, Luftmenge 320 Kubikmeter pro Stunde für Küchen, Bäder, Toiletten etc. Geräuschspiegel unter 38 Dezibel, starke Geschwindigkeit, 150 mm Badventilator. Eine schnelle und effektive Beseitigung von Feuchtigkeit und Gerüchen. Wenn der Ventilator im Bad ausgeschaltet ist, schließen sich die Lamellen, um das Eindringen von Gerüchen, Insekten usw. zu verhindern. Die Lamellen öffnen sich automatisch, wenn der Ventilator im Bad läuft, und verhindern eine Luftzirkulation, wenn die Dunstabzugshaube ausgeschaltet ist. Die Badlüfter-Schale besteht aus hochfestem Abs, so dass der Abluftventilator alterungsbeständig, UV-beständig, antistatisch, wasserdicht und feuchtigkeitsbeständig, langlebig vertrauenswürdig. Sparen Sie Strom! Stromverbrauch von 0,012 kW pro Stunde. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.